Hallo zusammen, heute möchte ich euch einen kleinen, smarten Helfer vorstellen. Den Bot aus dem Hause SwitchBot, mit dessen Hilfe es möglich ist, in wenigen Minuten fast jedes Gerät in euer Smartroom zu integrieren. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie dieser kleine Helfer es möglich machen soll, fast jedes eurer Geräte in euer Smartroom zu integrieren. Ganz einfach, mit Hilfe dieses kleinen Arms, der sich hier drin verbirgt. Bevor wir damit anfangen, kleiner Hinweis. Den Bot habe ich von der Firma SwitchBot für Testzwecke und für die Erstellung des Videos zugeschickt bekommen. Nachdem wir das Rechtliche jetzt erledigt haben, kommen wir mal zu der spannenden Sache, die Installation. Denn der Bot wird ausschließlich mit Hilfe eines Klebestreifens geklebt. Also ihr müsst weder bohren noch schrauben und er kann dadurch ganz einfach individuell überall angebracht werden und wenn man ihn woanders braucht, macht ihn einfach wieder ab und nimmt neun Klebestreifen. Es werden zwei mitgeliefert im Lieferumfang und könnt diesen Bot dann überall dran kleben, beispielsweise eine Kaffeemaschine zum Starten eines Rechners oder wie ich es euch zeigen werde, ganz klassisch für das Einschalten eines Lichtschalters. Und da ist auch eine Besonderheit, ihr könnt es sowohl bei zwei verschiedenen Lichtschaltertypen verwenden. Bei den klassischen, die jeder kennt, ein- und ausschalten, beispielsweise obere Positionen Licht an, untere Positionen Licht aus. Er kann sowohl das Licht ein- als auch ausschalten oder bei diesen ganz normalen VIP-Schaltern, die immer wieder den Ursprungszustand zurückkommen, wird er es auch einfach ansteuern. Jetzt kommen wir mal zur Installation und die zeige ich euch anhand meiner Lichtschalter. Ihr habt gesehen, wie einfach die Installation bei mir im Lichtschalter war. Aufkleber abziehen, dran kleben, fertig. Natürlich muss ich dazu sagen, bei mir ist die Installation sehr einfach. Ich habe eine sehr breite Auflagefläche vom Lichtschalter und konnte es halt komplett vollflächig aufkleben. Ich blende mal kurz ein Bild ein, denn ich habe noch eine andere Schalterserie, wo ich das Ganze auch ausprobiert habe. Wie ihr seht, ist der Lichtschalter gewölbt und ich kann nicht die volle Auflagefläche des Aufklebers verwenden. Warum zeige ich euch das Ganze? Ich wollte euch damit auch einfach zeigen, ihr müsst nicht die volle Auflagefläche haben. Der Switchboard hält trotzdem. Ich hatte in drei Wochen in dieser Position, der ist nicht einmal abgefallen. In der Anleitung steht aber drin, dass man den Aufkleber vor dem ersten Ansteuern, also circa 24 Stunden, so draufkleben lassen soll, dass es anscheinend anzieht. Ich hatte so meine Befürchtung, wenn ich ihn ablöse, dass es Rückstände gibt, das war nicht der Fall, also da auch keine Panik. Und auch noch wichtig bei der Installation, wenn ihr den Switchboard aufklebt, macht ihn nicht Presse an den Schalter, dann kann das Ganze, also der Schalter mit dem Switchboard verkeilen. Also ganz wichtig, einfach darauf achten. Kommen wir zur Konfiguration. Die Konfiguration wird ausschließlich per Smartphone oder Tablet durchgeführt. Dazu ladet ihr einfach die Switchboard-App herunter, die gibt es für Android als auch für iOS-Geräte, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt hier schon mal das Ganze vorbereitet, habe mir auch schon einen Account erstellt. Da melde ich mich jetzt einmal an und dann sind wir auch schon angemeldet. Und hier seht ihr direkt auf Anhieb, ist alles auf Englisch. Ja, ist so. Aktuell gibt es keine deutsche Version des Ganzen. Es gibt Französisch, Chinesisch, Japanisch, ich glaube auch noch Spanisch, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber Deutsch gibt es aktuell noch nicht, also kleines Manko. In meinen Augen ist es aber nicht so ganz schlimm. Die Dokumentationen, die ihr im Internet findet, sind auch fast nur auf Englisch. Auch der Beilegzettel ist auf Englisch, aber das ist eigentlich alles fast selbsterklärend, also da keine Panik. Gehen wir jetzt hier mal auf Home. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier oben rechts schon mal zwei Räume angelegt. Einmal Flur EG und Flur UG. Kommt daher, weil ich das Ganze dort getestet habe. Warum ist es wichtig, die voranzulegen? Wenn ihr ein Bot konfiguriert, ihr könnt jederzeit zwar einen Raum hinzufügen, aber bei der initialen Konfiguration könntet ihr in dem Fall noch keinen Raum hinzufügen. Wie erstellt ihr Räume? Ihr geht hier oben auf Digital Dad, Manage Home, dann habe ich hier das Home, Digital Dad, habe hier zwei Räume und dann könnt ihr jetzt hier einfach Create Room, gebt ihr einen Namen ein und habt den Raum erstellt. Ist, denke ich, mir ganz selbst erklärt. Dann kommen wir jetzt mal zum Anlernen. Dazu geht ihr auf das kleine Plus neben der Glocke und dann werden alle Geräte im Umfeld eures Tablets, in dem Fall bei mir, erkannt, die von der Firma SwitchBot sind und wie wird kommuniziert ausschließlich über Bluetooth. Also euer Bluetooth muss eingeschaltet sein und wie ihr seht, habe ich ein paar Geräte hier rumliegen, mit denen ich gerade ein paar Tests mache. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Dann gehen wir auf den SwitchBot drauf. Das ist der Bot 30. Den möchten wir jetzt anlernen. Sagen Next. Und dann können wir dem Bot auch direkt schon einen Namen geben. Ich möchte meinen Bot KellerBot nennen, in dem Fall mal. Und wenn ich das Ganze dann hier habe, kann ich auch den Raum auswählen. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr den voranlegt, weil ansonsten wäre die Liste einfach leer. Dann hier Confirm, Next. Und dann haben wir den Bot auch schon angelernt. Sollte es ein Software Update geben, würde es euch auch angezeigt werden. In dem Fall gibt es keins. Und dann können wir auch direkt mit dem Bot, mit der Konfiguration loslegen. Und ihr seht hier an dem kleinen Bluetooth-Symbol, dass die Kommunikation gerade über Bluetooth ist. Alternativ, es gibt auch noch einen Hub von der Firma SwitchBot. Darüber könntet ihr das Ganze beispielsweise mit Sprachassistenten verbinden. Das zeige ich euch auch künftig mal. Aber jetzt gehen wir mal weiter mit der Konfiguration des Bots. Der erste Punkt, Passwort und Mode. Wichtigster Punkt von allem. Warum Passwort? Wenn jemand die SwitchBot-App installiert hat und beispielsweise bei euch in der Nähe ist, könnte er den Bot ansteuern. Das wollt ihr natürlich nicht, dass irgendein Fremder einfach euren Bot betätigt. Deshalb einmal auf Passwort drücken. Und dann sagt er hier, wenn ihr ein Passwort definiert, müsst ihr das Kennwort beim Pairn verwenden. Und wenn ihr es vergesst, habt ihr auf gut Deutsch-Päschig gehabt. Ich sage jetzt hier einmal OK. Dann sagen wir Edit. Und dann gehen wir hier ein Passwort ein. Das werde ich euch jetzt natürlich ausgrauen. Warum nur? Sagen OK. Und jetzt haben wir ein Kennwort gesetzt. Wie ihr seht, sind wir auch direkt aus dem Menü geflogen. Und es ist ein kleines Schloss unter dem Bot erschienen. Wenn ich jetzt hier antippe, kann ich den Bot nicht betätigen ohne das Passwort. Hier schon mal keine Panik. Das Passwort müsst ihr einmalig eingeben. Danach ist es einfach in eurem System gespeichert. Würdet ihr jetzt zum Beispiel den Bot löschen und neu anlegen und beziehungsweise neu konfiguren, müsst ihr das Kennwort wieder haben. Ihr könnt das Passwort aber auch einfach wieder rausnehmen. Das zeige ich euch jetzt nicht. Selbst erklärt, klickt ihr drauf, sagt Delete oder editiert es. Dann kommen wir zu den Modi. Der Switchbot hat zwei Modes. Warum zwei Stück? Mode Nummer 1 ist der typische Press-Mode. Den habe ich bei mir im Einsatz. Das verwendet ihr, wenn ihr einfach nur einen Schalter habt, der gedrückt werden muss. Und dann startet das Ganze. Bei mir zum Beispiel, ich drücke den Lichtschalter einmal, dann geht das Licht an und mein Lichtschalter springt wieder in die Ursprungsposition zurück. Ich möchte es ausmachen, muss ich auch einfach nur drücken. Jetzt gibt es aber auch einige Schalter, bei denen ist es wichtig, dass dieser Druck auf diesen Schalter eine gewisse Zeit vorhanden bleibt. Und das ist der Press-Hold-Time. Die könnt ihr von 0 bis 60 Sekunden, meines Wissens, genau 60 Sekunden einstellen. Dann würde der Arm des Switchbots einfach 60 Sekunden ausgefahren bleiben. Ich habe jetzt hier gerade eine Sekunde eingestellt. Ich brauche 0 Sekunden, weiß ich. Aber ich lasse das jetzt mal. Denn wenn wir jetzt einmal den Modi wechseln und hier auf den Switch-Mode wechseln, den verwendet ihr nur, wenn ihr Kippschalter habt, die auf der einen Position das Licht einschalten als Beispiel und auf der anderen Position das Licht ausschalten. Dann müsst ihr diesen Mode wählen. Denn, ich zeige euch das Ganze jetzt hier einmal, dann wird dieser Arm nie ganz einfallen. Und wenn ihr es richtig sehen könnt, habe ich hier auch so eine kleine Auskerbung. Dort wird der Add-On-Sticker mit aufgelegt. Ich blende euch mal ein Bild dazu ein. Denn ihr müsstet den Add-On-Sticker auf die Position kleben, um den Lichtschalter wieder rauszuziehen. Also den Add-On-Aufkleber einfach in die Nähe des Bots kleben und dann dort einhaken und zieht das wieder raus. Ich zeige euch das Ganze mal auf dem Bild, blende ich euch ein. Solltet ihr aus Versehen den Bot auf die falsche Seite geklebt haben, als auch den Add-On-Aufkleber, kein Problem. Ihr könnt das Ganze auch umdrehen und dann funktioniert das Ganze auch. Und wie ihr sehen könnt, die Press-Hold-Time, in dem Fall hat er übernommen. Ich mache das jetzt hier alles wieder aus, weil ich brauche den Bot natürlich nur im Press-Mode bei mir. Und dann haben wir ihn auch schon so konfiguriert und dann fährt der Arm auch wieder ein und dann sieht der Bot einfach so aus, wie ihr ihn auch kanntet. Dann haben wir die Modis. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich auch über den Zeitplan steuern. Und das ist unser Schedule. Sagt Add und sagen wir mal um 22.17 Uhr montags, mittwochs und freitags soll er einmal einen Tastendruck ausführen. Sage ich Save, habe das Ganze angelegt. Sage ich, hm, ist ja gut, aber ich möchte eine Stunde später montags und freitags, mittwochs und freitags, so, das Ganze wieder ausschalten. Dann würde es erst um 22.17 Uhr einschalten und um 23.17 Uhr wieder ausschalten. Jetzt ist noch eine Besonderheit, dafür muss ich jetzt noch mal den Modus wechseln, auf den Switch-Mode wechseln, was ich ganz schön finde, um ganz ehrlich zu sein, wann der Modus aktiviert ist. Ihr seht auf der Hauptseite, ob das Ganze eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Jetzt könnte ich auch hier drauf drücken und dann würde er in dem Fall das Ganze ausschalten. Diese Anzeige habt ihr leider nur, wenn ihr im Switch-Mode seid. Im Press-Mode kann er es einfach nicht wissen. Ich würde schön finden, dass, wenn man es einmal initial einstellen kann und dann merkt er sich das, geht aber aktuell nicht. Ob es kommt, weiß ich auch nicht. Ich stelle es jetzt wieder um und dann gehen wir nämlich hier weiter. Was können wir noch machen? Ich kann es pairen mit Remote. Remote ist einfach ein kleiner Taster bzw. ein kleiner Schalter. Das ist ein Knopf, drückt er drauf und wird er ausfahren. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Mit was ist das Ganze kompatibel? Die Firma SwitchBot hat mehrere Geräte, die habt ihr auch am Anfang gesehen. Ich kann jetzt hier euch noch mal kurz zeigen. Es gibt hier den Motion-Sensor als Beispiel. Wenn man eine Bewegung erkannt würde, könnte ich sagen, bitte einmal den Bot ansteuern, dass er zum Beispiel das Licht einschaltet. Alternativ gibt es auch Kontaktsensoren. Wenn zum Beispiel die betätigt werden, ist es möglich, dass dann auch da das Licht eingeschaltet wird. Also ihr merkt schon, die Firma SwitchBot hat einige Geräte, die alle miteinander kompatibel sind. Jetzt gehen wir noch mal hier auf den Bot drauf und dann auf Cloud-Services. Die Cloud-Services sind ausschließlich mit dem Hub der Firma SwitchBot möglich. Der Hub ist insofern wichtig, der wird mit eurem WLAN verbunden. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit über Sprachassistenten oder halt hier, was ihr noch seht, den Bot mit zu integrieren. Also ich könnte sagen, Alexa als Beispiel, halte Kellerlicht ein. Dann würde er einmal ausfahren und das Licht würde eingeschaltet werden. Dazu ist aber der Hub nötig. Zeige ich euch in einem künftigen Video mal, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten war es das mit der Konfiguration des Bots. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in den SwitchBot-Bot geben. Persönlich muss ich sagen, ich war anfangs wirklich sehr skeptisch. Braucht man das Ganze wirklich? Bin aber je länger ich darüber nachgedacht habe, zu dem Entschluss gekommen, der Erfinder bzw. die Firma hat sich wirklich was dabei gedacht. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so. Denn man muss halt überlegen, wenn man in eine Wohnung einzieht, wo man keine Eigentümer ist und kaum Aufwand machen will, aber das Ganze irgendwie smart kriegen will, ist das SwitchBot auf jeden Fall eine charmante und schnell zu installierende Lösung. Und er kann auch schnell wieder abgebaut werden. Was ich persönlich ganz wichtig bei diesen Produkten finde, dass ich nicht Geld in eine Wohnung investiere, die beispielsweise nicht mir ist und dann muss ich alles zurücklassen. Das ist halt ein bisschen schade. Entsprechend finde ich die Idee dahinter ziemlich gut. Und je mehr und länger ich darüber nachgedacht habe, gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten, wo ich den Bot bei mir zum Beispiel zu Hause einsetzen könnte. Und ich habe im Internet das Beispiel auch gesehen, da hat sich einer ein Türschloss gebaut, also für eine Schranktür, wo einfach ein Hebel betätigt wird. Und der Bot macht ihn dann auf und macht ihn zu von innen. Also die Idee fand ich echt ziemlich cool. Also ihr merkt, es gibt sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Da auch noch eine Info, der Bot ist ausschließlich für den Innenraum gedacht, also für den Innenbereich. Er ist weder Spritzwasser geschützt noch ähnliches. Also gibt es auch keine Angabe zu. Also nur innen verwenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns demnächst zum nächsten Video. Und nicht vergessen, bei Fragen einfach einen Kommentar verlassen. Ciao.